UNTERTITELUNG Unser Gast heute Abend gilt als die Meisterin des Horrors. Incident in a Ghostland ist ihr bisher persönlichstes Buch. Was ist Ihnen und Ihrer Schwester passiert? Jetzt bist du, dein Süße. Lass die Tür auf! Lass mich nicht alleine sterben. Lass mich nicht alleine sterben. Untertitelung des ZDF, 2020